Heute zeige ich euch anhand des Themas Demenzerkrankungen, wie man aus einem Thema vier völlig verschiedene Filme machen kann. Und gemeinsam mit der Telekom stelle ich euch auch die App Sea Hero Quest vor, mit der man nur durch Spielen die Demenzforschung unterstützen kann. Also eine besondere Folge Couch Flicks. Als erstes habe ich mir das Genre Liebesfilm rausgesucht, um zu zeigen, was kann man eigentlich mit der Thematik Alzheimer so anstellen. Wir haben hier zwei verschiedene Zeitebenen und auch zwei verschiedene Handlungsstränge. Zum einen haben wir Rachel McAdams und Ryan Gosling in den 50er Jahren, so eine klassische Hollywood-Geschichte. Er ist so ein armer Typ, sie ganz reich, so ein bisschen Susi und Strolch auch, eben mit Menschen. Wir haben aber auch im Film allgemein noch James Marston, Gina Rowlands und einige andere tolle Darsteller. Und hier zerfließt erst einmal das Herz, weil man merkt so, ja, die dürfen ja nicht zusammen sein und das geht alles nicht. Also da ist man wirklich schon so, boah, Tränen-Drüsen-Alarm. Dann haben wir aber die zweite Zeitebene und die spielt eben jetzt, also in der heutigen Zeit. Und da sehen wir eben eine Alzheimer-erkrankte Dame und einen Mann, der ihm genau diese Geschichte, die in den 50ern spielt, ihr immer wieder erzählt. Und gerade am Ende gibt es da einen hochdramatischen Schluss, der ist vielleicht an einigen Stellen ein bisschen zu kitschig, aber zeigt deutlich, was so eine Krankheit mit einer ganzen Familie macht. Dass das eben nicht nur eine Person betrifft oder direkt den Partner, sondern eigentlich so das komplette Umfeld mit in den Abgrund zieht. Und das ist ziemlich gut gemacht. Ist aber auch so ein klassischer Fall von, im Kino möchte man eigentlich nicht, dass man einen so hardcore weinen sieht. Zu Hause kann man da mal schön auf Pause drücken und sagen, okay, ich beruhige mich jetzt erstmal, bevor ich weiterschaue. Aber ich finde, so wie ein einziger Tag ist ein wirklich schöner Film, um zu zeigen, wie man ein sehr ernstes Thema in eine Liebesgeschichte verweben kann. Das Thema Demenz kann man aber auch weitaus anspruchsvoller gestalten und eher so einen Arthouse-Touch geben. Das ist letztes Jahr geschehen bei Still Alice, dafür hat ja Julianne Moore auch völlig zu Recht den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle bekommen. Und hier nähert sich der Film eben aus einer anderen Perspektive an, nämlich mehr aus der Perspektive der Protagonistin selbst. Also wir sind sehr nah an der Figur dran. Sie spielt eine Linguistik-Professorin, die auch sehr jung an Alzheimer erkrankt. Und da merkt man eben direkt, okay, sie ist eine Frau der Worte und auch der Fachbegriffe und eine Doktorin. Und da merkt man eben, okay, das ist richtig doppelt und dreifach dramatisch, wenn bei einem Vortrag plötzlich Wörter fehlen. Und hier ist eben die Perspektive, wie gerade schon angesprochen, mehr bei der Person selbst. Und auch wir stellen uns dann die Frage automatisch, wie würden wir eigentlich reagieren, wenn wir noch bewusst merken, dass dort gerade etwas im Kopf passiert. Dass ich mich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern kann und auch wie das mit der Familie selber vonstatten geht. Aber hier ist wirklich die Perspektive auf der Protagonistin. Und Julianne Moore macht das gigantisch. Wer den Film noch nicht gesehen hat, definitiv ganz, ganz dringend nachholen. Auch Julie Christie galt mal als absolute Favoritin für den Oscar, für ihre Leistungen an ihrer Seite. Und man muss ehrlicherweise sagen, sie hat es genauso gut gespielt wie Julianne Moore, hat einfach ein bisschen Pech gehabt. Dieser Film ist aber dann wiederum anders aufgebaut, ist also auch sehr intellektuell, sehr anspruchsvoll, eher für so ein kleines, schmales Publikum. Aber hier sehen wir mehr die Perspektive ihres Ehemannes, denn er muss sie in ein Heim bringen und darf sie vier Wochen lang nicht sehen, damit sie sich besser eingewöhnen kann. Und es passiert natürlich das, was das Allerschlimmste ist. Sie kann sich nach den vier Wochen nicht mehr an ihn erinnern und hat sich sogar noch eher in einen anderen vor Ort verliebt, was sie ja nicht mit Absicht tut, weil sie kann sich einfach nicht mehr erinnern. Und hier schwankt das eben immer wieder zwischen auch diesen lichten Momenten, wo sie ganz klar ist und dann eben auch wieder, wo sie sich überhaupt an nichts mehr erinnern kann. Wir sind aber wirklich hier sehr an der Seite des Ehemannes und da eben auch jetzt gar nicht so dieses komplette Familien-Ding, sondern wir haben hier wirklich nur eine Person, die ihr am nächsten stand. Und das macht die ganze Sache sehr dramatisch. Für meine Sichtweise aber sogar eher noch ein Film, der auch sehr gut zur männlichen Zielgruppe passt, auch wenn er sehr anspruchsvoll ist, was jetzt nicht heißt, dass Männer nur irgendwie dämliche Filme schauen. Aber gerade so der Liebesfilm oder so diese starke Frau, die Doktorin bei Still Alice, die hatten so ein bisschen mehr die Frauen in der Zielgruppe. Ich finde hier aber die Perspektive des Ehemannes macht das Ganze etwas universeller und ist insgesamt von den Filmen, die ich euch hier gerade vorstelle, auch mein absoluter Favorit. Man kann aus einem sehr traurigen Thema aber auch einen lustigen Film machen, zumindest eine Tragikomödie. Das hat Til Schweiger mit Honig im Kopf gemacht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ist jetzt nicht so mein Favorit, was das Komplette betrifft. Aber wenn ein Film über sieben Millionen Leuten ein Thema nahe bringen kann, dass sie darüber auf jeden Fall noch einmal nachdenken und das eben aus der Perspektive wiederum zeigt von einem kleinen Kind. Ja, so ganz klein ist sie jetzt nicht, aber auf jeden Fall so aus Kinderaugen, dass man eben sieht, okay, das Ganze ist trotzdem eine sehr menschliche Geschichte. Also Erwachsene sind in einigen Momenten auf jeden Fall viel leichter genervt, was natürlich total unfair ist, weil der Betroffene überhaupt nichts dafür kann. Finde ich auf jeden Fall das von der Ausarbeitung ganz gelungen und eben auch mit den Betroffenen zu lachen und gleichzeitig zu weinen. Das finde ich immer auch eine sehr, sehr wichtige Sache, gerade auch bei Filmen. Es gibt nicht nur so eindimensionale Emotionen. Es gibt Momente, die sind traurig und lustig zugleich, beziehungsweise verschwimmen irgendwie miteinander. Und der Dieter Allervorden spielt das hier natürlich super. Wie gesagt, ist jetzt nicht so total mein Favorit, aber ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen. Wir haben da einmal eine Liebesgeschichte. Wir haben einen Arthouse-Film, beziehungsweise zwei, die ich euch vorgestellt habe, die so richtig intensiv und tief in die Materie gehen. Und wir haben eine Komödie und alle behandeln dieses eine Thema. Und ja, die Komödie ist beim deutschen Publikum auf jeden Fall am besten angekommen und es ist einfach nur wichtig, dass man eben darüber spricht. Und das hat dieser Film definitiv geschafft. Ihr merkt auf jeden Fall, wie man aus einem Thema vier völlig verschiedene Filme machen kann. Das finde ich immer sehr spannend, wie die Kreativität von einem Regisseur oder von einem Autor bei einer Thematik aber in eine ganz andere Richtung geht. Dennoch haben die Filme alle etwas gemeinsam, denn beim Thema Demenz gibt es kein Happy End und dementsprechend auch nicht bei den Filmen, egal ob die erstmal nur dramatisch sind, anspruchsvoll oder witzig. Das haben die Filme eben gemeinsam, weil man bis heute aus medizinischer Sicht immer noch keine Heilung gefunden hat. Ich selber kann da nichts dran ändern, jedenfalls nicht direkt. Ich kann aber die Forschung unterstützen und das geht tatsächlich mit einer App. Sea Hero Quest, das ist ein Spiel, da gibt es auch einen schönen Trailer zu. Der ist animiert von einem DreamWorks Animation Regisseur und Iwan Rian, ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Der ist aus Game of Thrones, der spricht da die Stimme, damit man das Ganze mal so aus einer anderen Sichtweise auch sieht. Und die App wurde von der Telekom in Auftrag gegeben und soll die Demenzforschung unterstützen. Habe ich auch erst gesagt, so höh, eine App, wie soll das denn gehen? Werdet ihr sehen, ich verlinke euch auf jeden Fall auch die App, die komplett kostenlos ist in der Infobox. Aber die könnt ihr euch runterladen, da geht es auch so um Dinge erinnern, Wege merken. Und wenn man das zwei Minuten spielt, dann ist das so, als könnte man der Forschung fünf Stunden helfen. Also so fünf Stunden nach vorne bringen, weil das das Ganze eben so aufnimmt und checkt, okay, wie funktioniert eigentlich so der menschliche Kopf? Man hat nämlich immer noch nicht herausgefunden, gerade was so Orientierungsverlust bei der Demenz betrifft. So ist das altersbedingt, ist das krankheitsbedingt? Das ist also noch total schwierig und genau damit spielt eben auch die App. Und da freue ich mich ehrlich gesagt, in unserer Partnerschaft mit der Telekom euch auch hier so etwas mal vorstellen zu können. Ist nämlich für eine gute Sache. Und was für eine gute Sache ist, finde ich, ist eine gute Sache. Richtig. Schaut gerne aber hier auch nochmal bei den anderen Videos vorbei. Ich habe mich hier quasi mit dem Bären gekämpft bei Revenant, bei der letzten Folge Couch Flicks. Und die letzte Folge Top Ten gibt es dort auch. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren dann noch irgendwie ein Feedback dalassen, so wie hat euch das Spiel gefallen? Würde mich mal interessieren. Und vielleicht zocke ich das dann auch nochmal mit ein paar Game-Gaming-Kollegen. Schauen wir mal. Ansonsten sehen wir uns bald wieder hier in der Film-Launch. Macht es gut und adieu.